Hast du schon mal ein Foto, ein Video oder eine Nachricht erhalten auf WhatsApp, die du gerne mit jemandem geteilt bzw. weitergeleitet hättest und weißt aber nicht genau, wie das Ganze funktioniert? Gar kein Problem, darum soll es genau heute gehen. Alles rund ums Weiterleiten in WhatsApp. Ich heiße dich recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Anjas Themenkiste und würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Also nimm dir dein Handy zur Hand und dann gehen wir einmal in unsere Applikation WhatsApp. Und da habe ich schon mit Franziska einen regen Austausch gehabt und habe hier mehrere Nachrichten, auf die ich auch antworten sollte. Also grundsätzlich habe ich hier als letzte Nachricht, sag deine Mama liebe Grüße von mir. Wenn ich das jetzt sozusagen an meine Mama weiterleiten möchte oder auch an jemand anderen, dann kann ich diese Nachricht im Endeffekt länger antippen und dann erscheinen hier oben in der Anzeigeleiste so Pfeilchen nach vorne und zurück. Und dieser Pfeil nach vorne, der ist dafür da, um das Ganze eben weiterzuleiten. Ich tippe also auf diesen Pfeil nach vorne und kann jetzt im Endeffekt diese Nachricht rein theoretisch an meine Mama, wenn ich die jetzt hier in dem Kontaktbuch drinnen hätte, als Chat weiterleiten. Ich leite es jetzt mal an die Anja weiter, tippe hier einmal drauf, gehe auf den Papierflieger und dann hat die Anja jetzt hier diese Nachricht erhalten. Man sieht jetzt auch hier in dieser Nachricht, es ist markiert, dass es weitergeleitet worden ist. Gehe hier also wieder zurück und gehe wieder in den Chat von der Franziska rein und wenn du sagst, du hast zum Beispiel ein Foto oder ein Video oder ein lustiges Bild, das du eben gerne teilen möchtest, dann kannst du das auch gerne weiterleiten und dazu hast du bei den Fotos, Videos oder eben auch animierten Fotos wie den GIFs immer an der Seite diesen Pfeil wieder nach vorne, den wir vorhin gesehen haben, da einfach wieder drauf drücken und dann kann ich das Ganze wieder zum Beispiel an die Anja schicken, könnte hier unten jetzt auch nochmal eine Nachricht hinzufügen und schicke das Ganze wieder ab. Und dann ist das Ganze auch wieder bei der Anja angekommen. So, wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Texteinheiten hast, die du gesammelt gerne weiterleiten möchtest, dann musst du das nicht jedes einzelne sozusagen antippen und separat auf Weiterleiten klicken, sondern du kannst es auch gesammelt machen. Hierzu kannst du jetzt, ich tippe jetzt einfach hier mal irgendwelche an, länger draufbleiben auf eine Nachricht, dann ist die so blau markiert und jetzt kann ich auch weitere auswählen und diese hier zum Beispiel als einem Packen nehmen und jetzt wieder mit dem Pfeil weiterleiten. Das Ganze machen wir jetzt wieder genau wie vorhin und dann ist dieser komplette Chatverlauf einfach weitergeleitet worden. Vielleicht hast du vorhin gesehen, dass es neben dem Pfeil nach vorne auch einen Pfeil zurück gibt und der ist relativ praktisch, wenn du dich mit jemandem über verschiedene Themen sozusagen unterhältst und wenn der Chat dann ein bisschen unübersichtlicher wird, denn damit kannst du Folgendes tun, das zeige ich dir jetzt einmal aus. Wir tippen die Nachricht nochmal länger an und dann haben wir hier oben eben diesen Vorwärtspfeil und den Rückwärtspfeil und wenn ich auf diesen Rückwärtspfeil draufdrücke, dann wird sozusagen meine Nachricht, die ich jetzt schreibe, direkt an diese Nachricht drangeheftet, damit die Franziska weiß, ah, meine Antwort bezieht sich genau auf diese Frage und so kann man verhindern, dass man Antworten sozusagen falsch interpretiert und einer anderen Thematik sozusagen zuordnet. Ja, habe Lust, schreiben wir da mal dazu, habe Lust auf einen Kaffee, sende das Ganze ab und jetzt, wenn ich das abgesendet habe, sieht man eben nochmal dieses Zitat von der Nachricht, auf die sich meine Antwort bezieht und so kann ich das, wie gesagt, mit jeglichen Nachrichten machen, die es hier gibt, damit man genau weiß, worauf ich mich hier beziehe. Eine sehr praktische Funktion, um eben hier Verwirrungen oder Missverständnisse vorzubeugen. Um schneller auf solche Nachrichten antworten zu können, gibt es noch eine Abkürzung sozusagen, die ich dir jetzt auch noch kurz zeige und zwar gehe ich hier jetzt einmal auf die Frage, wie geht es, weil da habe ich noch nicht darauf geantwortet und zwar, wenn du mit deinem Finger sozusagen auf diese Frage gehst und von links nach rechts rüberwischst, dann siehst du auch schon, dass sich gleich dieser kleine Pfeil nach links eben aufmacht und wenn du das dann loslässt, dann erscheint eben genau diese zitierte Nachricht und ich kann meine Antwort dazu schreiben. So, das war heute eine kurze Lektion, aber ich hoffe, sie war für dich hilfreich. Wenn ja, dann lass mir gerne wieder einen Daumen nach oben da beziehungsweise abonniere meinen Kanal und wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du deinen Standort mit anderen Leuten beziehungsweise Freunden in WhatsApp teilen kannst, dann bleib jetzt dran. Ich verlinke dir hier ein Folgevideo, wo ich dir das ganz genau erkläre. Ich würde sagen, draufklicken, weiterschauen und berieseln lassen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.